Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Ich bedanke mich für alle Abonnenten, die bislang diesen Kanal abonniert haben. Ich bin sehr, sehr happy, dass es Menschen interessiert, was ich euch veröffentliche. Und das werde ich in Zukunft noch stärker machen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich keine Videos mehr hochgeladen. Den Grund erfahrt ihr gleich. Wenn du aber diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Drücke die Glocke. Ja Freunde, die Weihnachtstage sind vorüber und das war genau der Grund, warum ich in letzter Zeit kein neues Video mehr online gestellt habe. Denn es hat mir sehr viel Energie gekostet, das Weihnachtsgeschäft zu überleben, kann man schon sagen. Und es war ein sehr großer Ansturm, so dass ich da meine volle Energie reingesetzt habe, um das zu bewältigen. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage mit euren Liebsten und eurer Familie. Und vielleicht ist ja sogar bei euch ein Geschenk gelandet unter dem Tannenbaum, was euch sehr beglückt hat und vielleicht auch sogar von uns stammt. Demnach möchte ich mich dafür bedanken, für alle Abonnenten, die bislang diesen Channel, diesen Kanal schon abonniert haben. Ja, das Jahr 2020 steht vor der Haustür. Dieses Jahr wird richtig rocken. Und ich möchte diesen YouTube-Kanal im Jahr 2020 sehr stark in den Fokus nehmen. Direkt ab Januar verspreche ich euch, dass mehrere Videos nacheinander folgen werden, wo ihr richtig schönen Content bekommt, wo ihr einen Mehrwert habt. Und auch erfahren könnt, wie ihr ein erfolgreiches Online-Geschäft aufbauen könnt, um wirklich erfolgreich zu verkaufen. Und das ist ja das Ziel. Demnach, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tue das jetzt. Ich verspreche dir, du wirst das nicht bereuen. Und drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Dass ihr super Vorsätze euch vorgenommen habt fürs Jahr 2020. Und diese nicht nach zwei Wochen direkt wieder aufgeben wollt, sondern Jahr für Jahr weiterführen möchtet. Und ich helfe euch und unterstütze euch dabei mit Motivation und mit Tricks und Tipps, wie ihr das Ganze bewältigen und schaffen könnt. Alles Gute im neuen Jahr. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Und bis zum nächsten Mal.